Ist diese Musik nicht Copyright, ja? Okay, stark! Hier, ich mach mal ein bisschen lauter, damit ihr noch besser hört, ja? Diese Musik gehört nicht mir, wand ich doch! Diese Musik gehört nicht mir, bitteschön! Die Musik von der Tür weg, bitteschön, bitteschön, bitteschön! Die Musik von der Tür weg, bitteschön, bitteschön, bitteschön! Die Musik von der Tür weg, bitteschön... Dostum, Sokacam, Isterse, Istemessen, Sokacam. Yo, Freunde, eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar, ihr seht mich ja gerade im neuen Zimmer. Mein Zimmer habe ich ein bisschen lackiert. Ist aber Nebensache. Ich werde auch bald wieder auf Twitch sein. Aber ich möchte euch eine App vorstellen, die nennt sich Klaren. Diese App ist sozusagen ein Versicherungsmanager. Alle Versicherungen, die du abgeschlossen hast, die kannst du in der App eintragen. Und die App zeigt dir, dann ist das gut oder ist das schlecht. Oder vielleicht bist du sogar oft am Reisen. Dann zeigt die App dir das an. Ey, guck mal, du bist oft am Reisen. Willst du nicht vielleicht da eine Reiseversicherung machen? Ihr erspart euch euren ganzen Papierkram. Bei mir ist das zum Beispiel sehr schlimm. Ich habe nicht nur Versicherungspapierkram. Ich habe Rechnungsbelege, Rechte, Kassenbons, alles Mögliche. Und dazwischen verstecken sich manchmal irgendwelche Versicherungen, die ich abgeschlossen habe. Und dann brauche ich mal irgendwie, keine Ahnung, eine Rechtsschutzversicherung. Brauchte ich jetzt letztens. Da musste ich mich durchtelefonieren bei irgendwelchen Versicherungsfirmen, bei denen ich den Vertrag abgeschlossen habe. Bei der App ist das ganz einfach. Du siehst deine Versicherung. Du kannst da direkt mit Experten chatten, telefonieren, geht ganz sofort. Plus, wir haben dazu noch einen Amazon-Gutschein für euch. 45 Euro beträgt der Gutschein. Ihr müsst nur drei Versicherungen da eintragen. Nicht abschließen, sondern eintragen, die ihr sowieso schon habt. Ja, ganz einfach. Erster Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr wirklich keinen Bock mehr auf diesen ganzen Papierkram habt, gönnt euch die App und ihr habt alles auf dem Handy. Viel Spaß weiter mit dem Video. An jeden, der nochmal sagt, Abi, meine Mulas sind doch nicht da. Lack, ich bin auf Koks. Guck mal, wie schnell ich bin. Hallo, ich bin auf Koks. Hallo, ich bin. Ey, ey, da ist ein Reh. Da ist ein Reh. Ich bin auf Koks. Ich bin auf Koks. Ich bin auf Koks. Hallo, ambulanz. Ver, 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 ver. Burakasulei gelmedi ya. Kendime gelemedim. Ah, ah, ich habe. Ah, ich habe. Ah, valla ich habe. Ah, 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 ich sterbe. Ach so, hier. Ich weiß jetzt, was das ist. Der hier war das. Du kannst mich schweißen. Ah, ah, ah. Burak, lad. Segt dir geht auf und auf. Willst du aufs Maul, Alter? Hier, hier. In euer Arsch auf und auf. In euer Arsch. In euer Arsch. In euer Arsch. In Euer Arsch. Alarm, jawasch. Was macht der da? Wir desher ziehen uns Hardcore, Digga. Was macht der da, Digga? Was laberst du? Alles geht. Leeroy, bist du behindert, Alter? Was will er ihm damit sagen? Was geht? Hab ich mich erschrocken? Leeroy. Du hast das Spiel gecheckt, Leeroy. Oh mein Gott, also muss man sogar hören oder was? Ananı s**keyim! Ananı s**keyim! Ananı s**keyim! Ananı s**keyim! Eventuell? Ananı s**keyim! Ah, du scherzer! Ich hab ich kaputt, ich kaputt! Ananı s**keyim! Ananı s**keyim! Das war mir! Olamaz! Olamaz! Hayır! Hadi Podolsky! 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 Yalla gotta! Türkücü! Macht das 4-0! Wo sind unsere Nazis? Yalla Türkücü! Das Spiel ist aus! 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 Aber was ist mit Union? 1-1! 1-1! 1-1! 1-1! Wir sind glaube ich weiter! Tordifferenz! Tordifferenz! Aufstehen Playoff! Aufstehen Playoff! Aufstehen Playoff! Aufstehen Playoff! Schiri! Schiri! Hat! Abgefiffen! Erste Bundesliga! Erste Bundesliga! 2-1! Du bist ein Hurensohn! Und du bleibst ein Hurensohn! Du Hurensohn! Zwitsch soll mich spannen! Bann mich doch! Angst vor Bann hatten wir noch nie! Du Hurensohn! Hurensohn! Charters hat gerade seine zwei Minuten! Lasst ihn, Jungs! Einen hab ich genug! Scheiße! Aua! Eine Gestaltze jetzt, Mann! Nein! Jetzt bitte, jetzt bitte! Moment! Ich schaue uns zu deinen Stoppen! Warte! Was passiert hier? Bruder! Was passiert hier? Denker! Ja, ja, ja! Ey! Verlebt er nicht selbst, Denker! Auf dieser Hurensohn! Was ist das für ein kleiner Bastard, der 17 Jahre ist? Ich bin mal kleiner, weil ich er piekt! Junge! Ihr kleine Hurensohn! Ey! Du Bruder, wenn du das siehst! Du kleiner Bastard! Ob du älter bist an sich oder nicht! Verbrichst dich, du Hund! Ich bin krank! Ich bin krank! Ich bin krank! Ich bin krank! Und hier wird Deutsch gesprochen! Dann rede ich jetzt Deutsch! Ihr wollt mir meine Sprache verbieten! Dann rede ich jetzt Deutsch! Behalt euch mal ein bisschen! Die Drecksberamten! Entschuldigen Sie, was reimt sich auf Strategie? Genie! Nein, falsch! Ich bin krank! Ich bin krank! Wirklich! Die Karte ist ein Strategie! Finalski ist ein Strate... Strategie! Strat themat. Strategi... ... Strate! Strate! Stratege! Finalski ist halt ein Stratege!